So, Sie hören es. Die Domuhr schlägt 16.30 Uhr. Ein ganz herzliches Willkommen. Wir starten ganz pünktlich um 16.30 Uhr zur neuen Folge von Head Life at School. Ja, und da werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wer ist denn das hier? Und hat den Hintergrund, meine liebe Kollegin Karin ist leider gestern sowas von krank geworden, hat mich dann ganz verzweifelt angerufen, wir haben über 200 Anmeldungen, wir können das dann nicht ausfallen lassen, kein Problem, da springe ich gerne mal ein. Und von daher haben Sie heute ein anderes Gesicht und der lieben Karin, du wünschst mir gute, gute Besserung und dass sie wirklich ganz, ganz schnell wieder auf die Beine kommt und spätestens beim nächsten Head Life at School wird sie dann wieder hier persönlich begrüßen. Ja, heute geht es um Arbeitsblätter erstellen mit Pages. Den Steffen Bienen, den sehen Sie auch schon, aber ich gehe noch mal kurz auf die Technik ein, die Sie aber wahrscheinlich schon als, ja, die diese Head Life at School Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Webinarreihe kennen. Hier senden wir mit einem Webinarton, haben aber aufgrund dieser extremen Teilnehmerzahlen natürlich alle Mikrofone stumm geschaltet. Sie dürfen aber gerne Ihre Fragen hier in den Chat stellen. Das heißt, an der Seite sehen Sie diese schöne plärende Leistung, Sie dürfen Sie da gerne nutzen, um die ein oder andere Frage zu stellen, während der Präsentation von dem Buch. Und die werden wir dann im Anschluss dann gebündelt beantworten. Das heißt, mein Job wird es mir nicht genau sein, dann halt die ganzen Fragen zusammenzustellen. Sie verpacken nichts. Wie immer wird die Aufzeichnung dieses Webinars am Ende, ja, nochmal zusammengeschnitten und die erhalten dann als Lüge der Schimmel zu gesendet. Also dürfen Sie dann gerne auch nach dem Buch mal anschauen oder dann natürlich dann eben auch hier im Kreis der Kolleginnen und Kollegen gerne teilen. So, jetzt kommen wir zu dir. Ja, ich bin da. Du bist ja schon ein alter Hase. Du bist ja schon quasi hier, nicht nur bei dieser Reihe, hast du schon dabei gewesen und hast schon das Thema iPads mal hier mitgebracht, sondern du bist ja auch schon ein ganz alter Hase, was Herz betrifft. Du bist einer unserer Autoren in diesem Bereich, alles was so weg passiert, iPad und hast mir von der Zeit, dass du auch schon die Android-Reihe bei uns halt wegen gemacht hast. Also von daher ein ganz, ganz vertraufes Gesicht, auch wie gesagt schon wahrscheinlich schon hier. Und heute mit dem Thema, ich bin sehr gespannt, weil man guckt es vielleicht so ein bisschen, ich habe nämlich auch hier eigentlich ein Mac, aber Pageslips kommt so gut aus. Deswegen bin ich sehr gespannt an die hier, Steffen und ja, würde dann machen Sie es hier übergeben. Sehr gerne. Dann warte ich mal. Der Moderator. Genau, dass ich was zeigen kann. Genau. Hervorragend. Ich danke dir. Und dann nehme ich mich heraus und wie gesagt, kümmern Sie mich gerne um Ihre Fragen. Ja. Ja, Thema Pages. Pages ist ein ziemliches Allround-Talent. Das werden Sie gleich sehen. Ich sage erst mal ein, zwei Sätze zu mir, für diejenigen, die mich nicht kennen. Und werde, glaube ich, gleich auch die Kamera mal abschalten, damit wir ein bisschen mehr Bandbreite haben, weil der Gregor war jetzt schon teilweise nur, ja, so ein bisschen abgehackt zu hören, bei mir zumindest. Ich bin nämlich gerade nicht zu Hause, sondern im Urlaub bei Potsdam, aber die moderne Technik macht es möglich, dass das auch so geht. So, ich will ein ganz paar Folien zeigen, damit Sie einen kleinen Eindruck haben, was Pages so kann, wer sich da noch nicht groß mit beschäftigt hat. Und dann wollen wir ein bisschen live arbeiten. Wir werden alles nur so ein mini bisschen anreißen können, denn wenn Sie einen richtigen Pages-Kurs machen wollen, dann sind das eher so acht bis zehn Unterrichtsstunden. Und ich glaube, die Zeit haben wir heute alle nicht. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen ein gutes Gefühl vermitteln, was das Programm alles so kann. So, das bin ich, haben Sie gerade schon gehört. Ich mache Volkshochschulschulungen seit 2014, ursprünglich mal auch alles Windows und Android und so weiter. Und jetzt mache ich nur noch die Sachen, die mir wirklich Spaß machen, nämlich die ganzen Apple-Geschichten. Mache da auch Lehrkräfteschulungen und gehe in Schulen. Das hat sich in der Pandemiezeit so ergeben, als die Lehrkräfte ein bisschen mehr Luft hatten. Jetzt sieht das ja eher ganz dramatisch aus. Meine Frau ist Lehrerin, deshalb kenne ich das alles auch so ein bisschen. Macht Bücher und E-Books für den Herd-Verlag und macht die auch, vertreibt die auch so ein bisschen selber als E-Books in anderer Form. Ja, bin mit einer Lehrerin verheiratet, habe zwei schulpflichtige Kinder im Teenager-Alter. Das heißt, wir kennen diese ganzen Herausforderungen von beiden Seiten auch ziemlich. So, zu Pages. Pages, ich habe es mal genannt, das Multitalent für Texte, Layouts und Publikationen, weil Pages ganz anders ist. Das werden Sie, wenn Sie es schon aufgehabt haben, auch sicherlich gemerkt haben. Ganz anders ist als, ich schalte mal die Kamera jetzt weg für Bandbreite. Warte mal, so. Hauptbildschirm weiter übertragen, macht er noch, ne? So. Sonst sagst du mir, wenn irgendwas nicht geht, Gregor, ne? Gut. Ich würde dir bescheid sagen, alles gut. Wunderbar. Ich habe das manchmal tatsächlich in den Kursen, dass ich erzähle und erzähle und dann geht die Verbindung mit mal irgendwann nicht. Und irgendwann sehr zeitverzögert kommt dann, übrigens, wir sehen nichts mehr, Herr Wien. Genau. Ja, also, ganz anders als Word und viel flexibler einsetzbar, deshalb liebe ich das sehr. Ich habe ja auch 17 Jahre mit Word gearbeitet und war da nie ganz zufrieden mit. Und Pages war für mich tatsächlich eine ziemliche Offenbarung, weil man damit zum Beispiel sehr schön mit Vorlagen arbeiten und diese auch sehr schön selbst erstellen kann. Weil man eine sehr gute Anbindung von Medien hat, von allen möglichen Sachen. Ich werde Ihnen ein paar Sachen zeigen. Ein paar Sachen sind jetzt auch gerade neu dazugekommen, nämlich 3D-Objekte. Und das habe ich jetzt gerade in der Schule vorgeführt, vor ein paar Wochen. Und die waren da hin und weg, weil man dann nämlich auch die Sachen sozusagen in die Realität bringen kann, die 3D-Objekte. Und das ist natürlich in der Schule durchaus eine sehr schöne Geschichte. Und Sie können eben diese ganzen multimedialen Sachen einbringen. Man kann ja daraus zum Beispiel auch interaktive Arbeitsblätter dann machen, wo die Schüler dann Dinge direkt einfügen können, anhören können, angucken können. Und das sind so alles Sachen, die in Word in dieser Form nicht gehen. Und das liebe ich sehr. Mit Pages mache ich zum Beispiel auch einen Großteil meiner Bücher, weil das sehr, sehr flexibel ist. Das geht sehr gut. Sie haben einen sehr, sehr einfachen Zugriff auf die Formatierung und Absatz. Das finde ich bei Word ja immer ein bisschen, auch wenn Sie Formen formatieren wollen oder Bilder formatieren wollen, sehr umständlich, weil es sich ja immer in der dritten Ebene irgendwo verbirgt. Und hier haben Sie einen direkten Zugriff und ja, die Diagrammerstellung ist sehr schön, wenn Sie mit Diagrammen arbeiten. Es gibt sogar, das nennt sich interaktive Diagramme, wo Sie also, ja, Diagrammdaten im zum Beispiel zeitlichen Verlauf direkt vorführen können und sich dann die Balken und ähnliche Dinge verändern. Sie haben jetzt seit zwei Jahren endlich wieder einen Serienbruch drin. Der hat mir immer so ein bisschen gefehlt, falls man mal Briefe an einen größeren Adressatenkreis wie Eltern zum Beispiel erstellen muss. Und Sie haben mehr als tausend bearbeitbare Formen, die schon drin sind und aus denen Sie wiederum auch eigene Formen erstellen können und abspeichern können, wenn Sie mit Formen gerne arbeiten. So könnte zum Beispiel so ein Arbeitsblatt aussehen, das hat meine Frau mal irgendwann gemacht. Das ist so ein kleines Spiel für die Grundschule. Ja, also sieht nicht wirklich jetzt wie Word aus und ja, eher so, als wenn Sie das mit Keynote oder so gemacht hätten und die Programme funktionieren, was Formen und ähnliche Sachen angeht, auch sehr ähnlich. Genau, so, weiter. Genau, wenn Sie die iCloud benutzen dürfen, das ist ja in jeder Schule so ein bisschen unterschiedlich, dann können Sie dort noch eine ganze Menge mehr machen. Sie können nämlich dann zum Beispiel auch sehr nett mit anderen Kollegen zusammenarbeiten. Sie können auf alte Versionen Ihrer Dokumente zugreifen und Sie können zum Beispiel auch, die Schüler könnten zum Beispiel auch an einem Arbeitsblatt gemeinsam arbeiten. Warum ich Pages nehme auf dem iPad jetzt speziell ist folgendes, das will ich alles gar nicht groß im Einzelnen ausführen, aber es ist kostenlos und Word kriegen Sie nur im Abo und können damit ganz, ganz wenig. Also alleine schon das Einfügen von Dingen geht fast gar nicht und auch der Export gestaltet sich relativ schwierig, finde ich zumindest. Und Sie haben viele Sonderfunktionen, mit denen wir so ein bisschen heute arbeiten wollen. Das Seiten-D-Out zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr schön. Und den Moderator-Modus, den werde ich Ihnen auch noch kurz zeigen, wenn Sie den noch nicht entdeckt haben. Sie können also Pages auf dem iPad und auch auf dem iPhone wie ein Teleprompter benutzen. Also für Ihre nächste Rede zum Beispiel. Oder wenn Sie wirklich ein Thema, was Sie zum ersten Mal vielleicht vor einer Klasse machen, so ein bisschen noch mit Lichtpunkten oder ähnlichen Sachen begleiten möchten, damit Sie nichts vergessen. Und dann haben Sie ganz, ganz viele Sachen, die bei Word nicht gehen oder eben nur sehr schwierig zu machen sind. Und so ein paar Sachen, also alleine das Erstellen von Vorlagen, das ist für mich immer wieder eine schöne Sache, was so in Word nicht funktioniert oder sehr schwierig funktioniert. Sie können zu so einem Pages-Dokument so ziemlich alles hinzufügen. Sie können Bilder hinzufügen, Sie können Bildergalerien hinzufügen. Das sind dann so Sachen, zeige ich Ihnen, wenn wir Zeit haben, auch gleich, wo Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Beispiel machen könnten auf einer Seite, die man so durchblättern kann. Sie können Videos hinzufügen, in der Größe auch verändern und direkt starten. Und auch Web-Videos, also eine grafische Verlinkung, wenn Sie so wollen, die dann auf zum Beispiel YouTube oder andere Inhalte zugreift. Das ist deshalb auch möglicherweise ganz spannend, weil genau wie Audioaufnahmen und eigene Kommentare manchmal so ein paar Hilfestellungen ja ganz gut sind oder aber auch, wenn Sie daraus ein E-Book machen wollten. Es muss ja nicht immer ein Arbeitsplatz sein, sondern es könnte ja auch zum Schluss des Jahres vielleicht oder zum Schluss der Grundschule oder zum Abschluss der Klasse generell, ja, vielleicht so ein E-Book sein, wo ein paar Sachen drin sind. Wo ein paar Audio-Mitschnitte vielleicht drin sind von irgendwelchen Klassenkonzerten, ein paar witzige Kommentare oder eben auch das ein oder andere Video. Also auch solche Sachen sind mit Pages sehr einfach möglich. Also jetzt nicht bloß Arbeitsblätter oder Briefe und Formen. Ich habe es gerade angesprochen, 1000 Formen und Sie können das beliebig erweitern, indem Sie aus diesen Formen wieder eigene basteln, die Sie hinzufügen und immer wieder aufrufen können. Tabellen können Sie hinzufügen. Das ist eine Sache, die auch nicht vernünftig in Word zum Beispiel geht auf dem iPad. Die oberen Sachen sowieso nicht. Diagramme geht auch nicht in Word. Oder ich habe hier ein paar Effekte mit reingenommen, ein paar unterschiedliches Keynote, womit ich das mache, mache ich normalerweise nicht, damit Sie ein paar von den Effekten vom Programm sehen. Sie können Zeichnungen einfügen. Das können Sie bei Word meine ich auch. Und die können aber auch sogar animiert werden. Also wenn Sie etwas zeichnen zum Beispiel, dass das dann abgespielt wird, wie Sie es gezeichnet haben und auch in Ihrer Geschwindigkeit. Und neu ist, dass Sie 3D-Objekte hinzufügen können. Hatte ich in einem Nebensatz eben schon erwähnt. Und mit denen auch weiterarbeiten können. Also zum Beispiel diese dann in den Raum projizieren können. Und das Letzte, was auch geht, was ich aber ähnlich sperrig finde tatsächlich wie in Word, ist, Sie können mit einem Editor für Gleichungen arbeiten. Da haben die meisten aber schon gesagt, das ist genau wie bei Word so sperrig, das füge ich dann lieber ein, indem ich zeichne zum Beispiel mit dem Stift. Bei den Formen ist es so als kleines Beispiel, also Sie haben einen Grundstock an Formen, die können Sie zusammenfügen und können dann aber zum Beispiel sowas draus machen. Ich weiß, wir haben noch nicht Ostern, aber das ist immer das, was ich ganz nett finde. Also es sind eigentlich zwei Formen. Das ist ein schwarzes Ei gewesen und ein Hase eben, die habe ich übereinander gelegt, zu einer Form verbunden und ein bisschen plastisch dargestellt und mit einem Farb verlaufen. Das ist alles super einfach zu machen. Bei Word würde ich mich da tot suchen und ewig brauchen. Also ich persönlich, Sie sind da bestimmt schneller mit Word. Wenn Sie Windows haben und das geht ja vielen Leuten so, zu Hause können Sie und Sie haben einen Dienst-iPad zum Beispiel, können Sie aber trotzdem über die Internetseite auf jedem Rechner, kann auch Android sein oder auch Linux, auf Ihre Dokumente zugreifen und können dort eigentlich genauso arbeiten, fast noch ein bisschen schöner fast, wie auf dem iPad, weil Sie einen größeren Bildschirm haben und Ihre Maus, mit der Sie wahrscheinlich vertrauter sind, wie Sie das auf dem iPad können. Voraussetzung ist immer diese iCloud-Geschichte. Bei meiner Frau ist es so, da darf jeder iCloud nutzen, der will. An anderen Schulen ist es komplett verboten. Wie das bei Ihnen ist, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn Sie das nutzen dürfen, ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, auch auf dem Windows-Rechner Pages zu verwenden, anstatt Word. Genau. So. Man kann das zum Beispiel verwenden, das Programm Pages für Bild- und Videoanleitungen, selbst erstellte interaktive Schulbücher oder für das Dokumentieren von Unterrichtszeiten, Inhalten. Sie können da nämlich zum Beispiel auch Platzhalter für Videos und für Bilder hinzufügen, wo die Schüler dann ihre Ergebnisse dokumentieren können. Arbeitsblätter, Einladungen. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, ganz schlicht und ganz einfach, wie Sie das mit Word auch gut erstellen können. Ein Lückentext für Englisch. Es könnte ein bisschen was grafisch Aufwendigeres sein. Auch mit Verlinkung, wenn Sie diesen orangenen, ich weiß nicht, ob meine Maus zu sehen ist, wenn Sie diesen orangenen Kreis sehen mit dem Pfeil, das ist eine Verknüpfung auf eine andere Pages-Seite. Dann klicke hier, fertig, dann klicke hier. Das ist was, was ein Lehrer von meiner Tochter mal gemacht hat. Der arbeitet gerne mit Pages für seine Dinge. Es können auch Dinge sein, die Sie dann sich selber aus den Formen zusammenbasteln. Das ist nur eine Vorlage. Oder ja, Pages kann auch ganz anders aussehen. Das wäre zum Beispiel gestaltet eine Vorlage für einen Flyer. Auch so kann Pages aussehen. Wo man dann immer, wenn Sie so einen Plus sehen, das werden wir uns nachher angucken, ist das ein Platzhalter und Sie können dort eben dann eigene Bilder, in diesem Fall machen Videos natürlich keinen Sinn, oder Videos hinzufügen. Oder es könnte eine Geschichte sein als Buch. Also Sie sind da völlig flexibel und auch diese Hintergründe anzupassen, geht sehr, sehr einfach. Und wir wollen uns alles mal so ein bisschen angucken. Ich hoffe, wir schaffen müssen was. Ich habe jetzt schon relativ lange gesprochen, deshalb ändern wir das Ganze mal. Ich gehe mal raus hier und wir gehen mal auf mein iPad. So sieht meins aus. Ziemlich zugemüt. Ich hoffe, Sie können das alle sehr gut sehen. Das lasse ich jetzt gerade über meinen Mac darstellen. Ich hoffe, die Verbindung hält. Und wenn Sie Pages öffnen, ich habe es bei mir in einem Unterordner drin, Produktivität. Das ist Pages, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, das orangene Symbol. Wenn Sie kein Dokument auf hatten, dann öffnet sich normalerweise so eine Windows Explorer, Finder, nennt sich das bei Mac, oder eben Dateien-App-Ansicht, nur in Pages-Farbe, in orange. Wo Sie, ich hatte schon einige Fenster auf, deshalb sehen Sie hier unten welche, wo Sie aber ansonsten sehen, welche Dokumente Sie in Pages zuletzt geöffnet haben. Das sind bei mir einige. Das ist der Verlauf hier. Sie werden wahrscheinlich dort eine leere Ansicht haben, wo Sie dann, wenn jemand mit Ihnen Dokumente oder Ordner geteilt hat, darauf zugreifen können, ansonsten auf alle anderen Speicherorte. Nochmal der Hinweis, Sie sehen hier unter Speicherorte auch OneDrive, Google Drive und iSurf für diejenigen Schulen, die das benutzen. Auch dort kann man Dinge ablegen, Pages-Dokumente von da aufrufen. Sie kriegen mit Pages aber auch Word-Dokumente geöffnet. Andersherum geht es nicht, aber Pages kann Word-Dokumente öffnen, Numbers, die Tabellenkalkulation von Apple kann Excel-Dokumente öffnen und Keynote kann entsprechend PowerPoint öffnen. Nachteil ist, zum Abspeichern möchte Apple dann tatsächlich das eigene Format verwenden, damit auch diese ganzen multimedialen Sachen funktionieren. Das heißt, wenn Sie das als Word brauchen, müssen Sie es dann zum Schluss auch als Word dann wieder exportieren. Und deshalb die Idee von vorhin, vielleicht selbst auf Ihrem Windows-Rechner über die iCloud-Pages im Browser zu verwenden und dann gar nicht hin und her konvertieren oder exportieren zu müssen. Genau, denn diese ganzen multimedialen Sachen, die ich vorhin kurz angesprochen habe, Videos, Bildergalerien, Audiokommentare, Zeichnungen, die verlieren Sie alle, weil Word nichts Modernes kann. Das einzig Moderne, was Word kann, sind tatsächlich 3D-Objekte, die Sie reinkriegen. Das funktioniert, alles andere wird ein Bild, wenn Sie es exportieren. Also Sie können, Sie müssen, wenn Sie sich überlegen, dass Sie irgendwie ein bisschen was zusätzlich hinzufügen, als Unterstützung oder einfach, weil es nett ist, dass Sie das, wenn Sie als Word exportieren, alles verlieren. Das ist ein großer Nachteil. Andersherum kriegen Sie Pages-Dokumente in Word auch nicht auf. Microsoft sperrt sich da. Es gibt auch kein Plug-in, was mir zumindest bekannt ist und ich habe lange danach gesucht, mit dem Sie Word dazu bringen können, Pages-Dokumente zu öffnen und damit eben die multimedialen Sachen aufzurufen. Das liegt einfach daran, dass Microsoft weiß, dass das ein enttäuschendes Erlebnis wäre, weil die Sachen nicht funktionieren, weil Microsoft sie nicht unterstützt. Genau, so. Dann ist es so, wenn Sie ein neues Dokument starten, müssen Sie nur hier oben auf das Plus gehen und dann kriegen Sie Ihre Vorlagenübersicht. Da sind schon relativ viele Vorlagen dabei. Ganz oben sehen Sie immer die, die Sie zuletzt verwendet haben. Da habe ich vorhin noch ein paar gebastelt. Und Sie haben ganz unten aber auch einen Bereich, sobald Sie die erste eigene Vorlage erstellt haben, wo eigene Vorlagen drin sind, auf die Sie immer wieder zugreifen können. Und falls Sie mehrere Apple-Geräte haben sollten oder eben den Windows-Rechner im Webbrowser, stehen diese dort natürlich auch zur Verfügung. Die werden auch gegen Verlust gesichert. Die sind also anders als die Vorlagen, die Sie vielleicht in Word im Ordner haben, nicht weg. Sondern wenn das Gerät neu aufgesetzt werden muss, die hängen an Ihrer Apple-ID, die Sie ja in irgendeiner Form brauchen, entweder von der Schule oder eben eine eigene und werden von da dann wieder geladen, wenn Sie irgendein anderes Gerät haben oder das einfach neu aufgesetzt werden muss. So, und da will ich Ihnen jetzt kurz einen kleinen Unterschied zeigen. Und zwar, es gibt einmal Layout-Geschichten. Beim Lehren steht dann Layout dahinter und die normalen leeren Vorlagen und natürlich auch Berichte und ähnliche Sachen. Pages kann zwei Dinge. Pages kann zum einen, das nennt sich Text-Layout, das, was auch Word kann. Das wäre hier so ein ganz normales, zum Beispiel leeres Dokument oder vielleicht nehmen wir lieber eins, wo ein bisschen was drin ist. Zum Beispiel dieses hier, Bericht zeitgemäß. Und das kennen Sie dann ja, Sie haben so einen Rahmen und in dem spielt sich alles ab. Und was Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst ist, ist, dass Sie bei Word eigentlich keine Seiten haben. Wenn Sie eine neue Seite generieren wollen, das kennen Sie auch, dann müssen Sie ganz, ganz oft Enter drücken, bis die virtuelle Seite zu Ende ist, bei dem Papierformat, was Sie eingestellt haben. Und dann landen Sie erst auf der nächsten Seite. Sie können also keine leeren Seiten vorproduzieren oder andere Sachen machen. Sie können auch Seiten nicht umhängen in Word, wenn Sie sich entscheiden, zum Beispiel, weil Sie in einem Arbeitsblatt oder in einem Aufgabenblock für den Unterricht mehrere Aufgaben drin haben und Sie wollen die umhängen nachher. Die erste Aufgabe soll dann die dritte eher sein, weil Sie das konzeptionell nochmal anders machen wollen. Dann geht das nicht. Dann müssen Sie natürlich den ganzen Abschnitt irgendwie markieren und umhängen und ähnliche Sachen. Das ist bei Pages aber gar kein Problem. Sie haben zwar auch diesen Text-Layout-Modus, aber ich arbeite tatsächlich immer mit dem Seiten-Layout-Modus. Das wäre zum Beispiel hier leer Layout oder auch bei den Vorlagen, die Sie haben, bei den Büchern und so sind entsprechende Sachen mit dabei. Und das hat den Vorteil, dass Sie wirklich Seiten haben, mit denen Sie flexibel agieren können. Sie haben keinen Fließtext, der die Seiten sozusagen erzeugt, immer dann, wenn Sie unten angestoßen sind am Papierformat, sondern Sie haben wirkliche Seiten. Und das erleichtert mir tatsächlich das Arbeiten ziemlich. Aber ich glaube, ich habe hier eine Sache schon mal so ein bisschen vorbereitet. Warten Sie noch kurz. So, und zwar machen wir eine ganz leere auf. So, leer Layout. Und dann haben Sie die Möglichkeit, so sieht das Ganze dann aus in Pages, also sehr viel einfacher schon mal designt. Ich könnte Ihnen jetzt Word dazu aufmachen, als Sie das kennen von Word. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier mit dieser, ich gehe mal die Symbolleiste kurz durch, mit der Pfeiltaste wieder auf die Übersicht zurückzukommen, der zuletzt geöffneten Dokumente und auch Neues zu erstellen. Hier können Sie dann mit diesem Symbol der Seitenleiste, das Sie auf dem iPad ja in ganz vielen Apps finden, können Sie dann verschiedene Sachen zu- und abschalten. Zum Beispiel eben die Seitenminiaturen, dass Sie die an der Seite in klein sehen und die Wortanzahl, Anzeigen ausblenden, die Lineale. Lineale gibt es nur oben. Und Kommentare ein- und ausblenden. Wenn Sie mit mehreren an einem Dokument arbeiten, kann man, gibt es eine Kommentarfunktion natürlich auch, mit der Sie dann gemeinsam an Dingen arbeiten können und die besprechen können. So, ich lasse die Seitenminiaturen mal eingeblendet. Dann haben Sie hier neben den Namen. Der Name heißt immer erst mal so, wie die Vorlage. Sollte, und das ist auch ein großer Vorteil im Vergleich zu Word, aus irgendeinem Grund Ihr iPad abstürzen, zum Beispiel bei der Stromnerz, werden die Dokumente gespeichert, bei dem aktuellen Bearbeitungsstand. Die Dokumente, das ist Segen und Fluch zugleich, werden die ganze Zeit gespeichert. Sie haben ein beständiges Speichern, immer wenn Sie was Wesentliches, Neues hinzufügen, neuen Satz einfügen, ein Bild einfügen, eine Form einfügen, wird gespeichert. Das heißt, eigentlich kann Ihnen nichts verloren gehen. Das war immer so ein bisschen das Drama bei meiner Frau auch, die viel in Word gemacht hat, früher, dann waren die Sachen weg. Man kann über die Cloud auch dort ein speichern, einstellen mittlerweile, das geht. Aber irgendwas fehlt aus meiner Sicht immer. Sie müssen auch gar keinen Namen vergeben. Wenn Sie jetzt da wieder rausgehen würden, würde das einfach unter dem Namen leer, in Klammern Layout, und die drei, weil es die dritte Version davon ist, die ich irgendwo habe, abgespeichert werden. Also auch das wäre kein Problem. Aber unter diesem Namen, da haben Sie daneben so eine kleine Pfeilspitze, im Kreis mit dem Pfeil. Und da können Sie ganz, ganz viele andere Sachen machen. Da können Sie zum Beispiel vom iPad aus direkt das Dokument, was Sie haben, drucken. Jeder WLAN-Drucker kann eigentlich mit dem iPad drucken. Also das werden Sie wahrscheinlich kennen. Kann der das nicht, kriegen Sie ihn auch nicht dazu durch irgendeine Treiberinstallation. Dann geht es aber einfach nicht. Aber ich habe noch keinen WLAN-Drucker der letzten, würde man sagen, sechs, sieben Jahre gefunden, der das nicht kann. Dann können Sie natürlich das Dokument hier umbenennen. Bewegen. Bewegen heißt bei Apple einfach an einen anderen Ort auf dem iPad abspeichern. Die Besonderheit auch da wieder beim iPad ist oder bei Apple-Geräten generell, Sie können ein Dokument jederzeit bewegen. Sie müssen das nicht speichern. Sie müssen nicht mal das Dokument offen haben. Sie können es aber offen haben und trotzdem in einem ganz anderen Programm sein und es dort bewegen. Es geht nichts kaputt. Sie haben keine Probleme. Sie können jederzeit ein Dokument auch umbenennen. Auch selbst, wenn Sie das geöffnet haben. Der Name wird dann einfach im geöffneten Dokument auch geändert. Das ist ja schön. Sie müssen sich über diesen ganzen Kleinkram keine Gedanken machen. Das können Sie dann auch entsprechend nachlesen. In unserem Herdbuch für Pages. Dann haben Sie hier die Export-Optionen. Da können Sie es eben als PDF und als Word exportieren. Sie haben hier EPUB. EPUB heißt dann elektronische Publikationen, die Sie eigentlich überall, das ist ein Standard, abspielen können, beziehungsweise anzeigen können auf jedem Android-Gerät oder Word-Gerät. Sie können da dann nichts dran ändern mehr. Es ist wirklich wie so ein Buch. Aber derjenige hat eben darauf Zugriff. Also falls mal wieder Pandemie-Zeit ist oder keine Ahnung, dann können Sie solche Sachen verschicken. Und hier steht Pages-Vorlage. Das ist schon alles, wo Sie draufklicken müssen. Das zeige ich Ihnen gleich noch kurz. Wenn Sie tatsächlich eine Vorlage erstellen wollen in Pages. Das gehört ja alles deutlich komplizierter und auch die dann wieder aufzurufen. So. Und unter den Dokument-Optionen können Sie eben eine ganze Menge anderer Sachen noch festlegen. Sie können zum Beispiel die Sprache einstellen. Das können Sie auch bei der Vorlagenauswahl, habe ich Ihnen gar nicht gesagt, aber wenn Sie englische Vorlagen haben wollen, können Sie dort einfach Englisch auswählen als Sprache. Sie können Passwort vergeben als Passwortschutz und Sie können in der Dokumentenkonfiguration einiges festlegen, was Sie sonst auch kennen, das Format, eine eigene Papierformatgröße anlegen, Kopf- und Fußzeilen mit anzeigen lassen. Und der entscheidende Punkt ist dieser hier, Dokumenten, Dokumentinhalt. Ist der aus, haben Sie ein Seitenlayout und dann können Sie voll flexibel Ihre Arbeitsblätter oder was auch immer Sie erstellen, layouten. Ist das drin, wäre das also jetzt so, dann haben Sie ein Textlayout, das heißt ein Word-Dokument, wo Sie dann Ihren Fließtext haben und innerhalb dieses Fließtextes dann Ihre ganzen Sachen schreiben und Ihre Bilder ablegen können. Wenn Sie wieder ins Seitenlayout zurückkonvertieren, verlieren Sie diesen Fließtext. Den muss man dann also erst vorher, also wenn Sie sich erst für Textlayout entscheiden und sagen, nee, ich will eigentlich ein bisschen mehr Flexibilität haben, dann würden Sie konvertieren müssen und dann müssten Sie den Fließtext erst, den Sie schon geschrieben haben, in irgendeiner Form kopieren, in die Zwischenablage und später wieder einfügen. Alle anderen Elemente bleiben erhalten, nur dieser Fließtext würde dann eben verloren gehen. Genau, so ist erst mal das grundsätzliche, also Seitenlayout oder Textlayout. Das ist die erste Frage, die Sie sozusagen zu beantworten haben für sich. Ich arbeite eigentlich nur mit dem Seitenlayout. Fließtext, ja, wenn ich mal einen Brief schreibe mit den Briefvorlagen oder so, dann ist das in Ordnung, aber ansonsten brauche ich das eigentlich nicht. Was haben Sie noch in der Leiste? Sie haben hier die Möglichkeit, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Das Inhaltsverzeichnis beim Seitenlayout ist anders, als Sie das haben beim Textlayout. Beim Textlayout, das kennen Sie von Word, das ist hier genauso in Pages, geben Sie an, wo das eingefügt werden soll, direkt im Text. Beim Seitenlayout haben Sie das hier in der Seitenleiste drin und können das Inhaltsverzeichnis dort auswählen. Das ist also Bestandteil der Dokumentenstruktur. Das finde ich persönlich sehr viel schicker, als dass man oben im Dokument wühlen muss, weil Sie über die Seitenleiste dann jederzeit Zugriff auf das entsprechende haben, auf die Struktur. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so schnell, ich hatte Ihnen ja mal so ein kleines Büchlein gepastelt beim letzten Mal für Freeform. Das habe ich ursprünglich auch mit Pages gestaltet und hoffe, dass der Download jetzt relativ schnell geht. Dann kann ich Ihnen das nämlich einmal zeigen. Da kann man an der Seite wechseln. So, schon ist es geladen. Zwischen diesen Dingen und das finde ich sehr angenehm, auch wenn Sie dann zum Beispiel schnell wechseln müssen zwischen bestimmten Aufgaben. Also stellen Sie sich vor, das ist eine andere Aufgabe, dann können Sie sehr schnell wechseln zu der entsprechenden Seite. Über den Punkt hier mit dem Inhaltsverzeichnis. Das ist ansonsten, wenn Sie immer wieder zu der ersten Seite oder so zurück wechseln müssen, natürlich ein bisschen schwierig. Machen wir wieder das leere Layout auf. Und daneben diese Bereiche, diese vier Symbole, das beinhaltet alles, was Sie hinzufügen können mit einigen Designvorlagen. Sie können natürlich Tabellen hinzufügen, kann man so durchwischen. Sie können Diagramme hinzufügen, Formen. Da kommen wir gleich ein bisschen weiter noch drauf. Und Sie haben diesen großen Bereich mit den Medien. Sie können zum einen natürlich Fotos und Videos hinzufügen, die Kamera dafür benutzen, vom iPad Audio aufnehmen und auch abspielen. Webvideos, das hatte ich gesagt, Bildergalerie. Sie können von überall von Ihrem iPad Dateien einfügen, also zum Beispiel Videos oder Bilder oder Audiodateien. Musik, musikalische Unterstützung kann es ja zum Beispiel auch sein. Oder von jedem Stick, den Sie am iPad angeschlossen haben oder, oder, oder. Und Sie finden hier auch das Zeichnen. Alle anderen Sachen, gucken wir uns wie gesagt gleich an, alle anderen Sachen, die Sie hier haben, können Sie anpassen. Sie haben hier den Bereich des Teilens. Da können Sie also das Ganze verschicken oder irgendwo sichern. Sie haben dann hier das letzte Aktion rückgängig, also das Command Z oder Steuerung Z für die Windows Benutzer. Wenn Sie da länger drauf drücken, dann können Sie auch Sachen wiederholen, also nicht nur rückgängig machen. Sie haben hier das Formatmenü und was ich Ihnen zeigen will, ist, Sie haben unter dem Kreis mit den drei Punkten auch die Möglichkeit, diese Symbolleiste hier oben in der Mitte anzupassen und dort Ihre Lieblingsfunktionen reinzuziehen. Sie sehen bei mir, das sind diese vier an der Seite, zusätzlich zu den Einfügeoptionen, die Sie oft brauchen. Das finde ich sehr schön und sehr einfach gestaltet. Also zum Beispiel brauche ich auf meinem iPad, wo ich es normalerweise tue, ganz oft das Gruppieren von Elementen oder das in den Vordergrund stellen von Dingen, also vorwärts, rückwärts und so und habe deshalb diese beiden Sachen hinzugefügt. Hier habe ich es jetzt mit dem, gehen wir auf fertig, Moderator-Modus, also dem Teleprompter und hier zum Beispiel mit dem Stil kopieren und Stil einfügen. Das brauche ich auch öfter auf diesem iPad. Das sind also die Sachen, die Sie grundsätzlich erstmal machen können. Und was ich also nicht mache, ist, ich arbeite grundsätzlich nicht mit Fließtext, außer bei Dokumenten. Ich würde also, und das ist ein bisschen versteckt, mir hier bei den Formen das Thema Text nehmen und dann haben Sie ein Textfeld. Das sieht erstmal total unscheinbar und unspektakulär aus. Und dann haben Sie also die erste Möglichkeit, hier Text einzugeben und diesen natürlich auch überall hin und her zu schieben. Das ist genau wie in Word auch, da können Sie ja auch Textfelder einfügen. Und ich füge mal ein zweites ein, damit Sie gleich eine Besonderheit sehen. Sie können diese Textfelder verknüpfen miteinander. Ich habe irgendwo hier ein bisschen Text. Es gibt ja diese Blindtext-Generatoren und das nehme ich mir mal und füge den hier oben mal ein. Sie sehen, ich arbeite mit der Maus. Wenn Sie den Kreis hier sehen, das ist mein Mauszeiger. Das geht mit dem iPad hier auch wunderbar. Sieht nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Kann man sich in der Größe anpassen. Und ich habe hier so eine externe Tastatur dran. Da ist man einfach nochmal ein bisschen produktiver. Und was Sie jetzt eben machen können, Sie können also die verknüpfen. Hier oben sehen Sie diesen Kreis. Und wenn Sie da drauf tippen, gibt es eine Eins. In diesem Fall in grün. Und wenn Sie dann das zweite Textfeld haben, denn dieses Kreuz hier unten bedeutet, es passt nicht alles rein in dieses eine Textfeld. Sie können natürlich das so groß ziehen, dass es passt. Aber wenn Sie jetzt hier neben eine bildliche, eine Abbildung haben von der Aufgabe und hier den Text der Aufgabe. Und Sie wollen das so ein bisschen trennen voneinander. Dann könnten Sie jetzt sagen, das soll in das zweite Textfeld rein. Gehen hier auch drauf. Und schon sind die Sachen miteinander verknüpft. Und Sie können also diese beiden Texte unabhängig voneinander auf der Seite oder auch auf einer anderen Seite, wenn Sie sich später umentscheiden und Sie wollen das auf einer anderen Seite haben, die zweite Aufgabe. Ja, entsprechend platzieren. Ich suche gerade mal so ein Bild. Das ist aus dem, was ich vorhin sagte, was meine Tochter von ihrem Einlehrer hat, was ich benutzen darf. Das kopiere ich mal und gehe mal zurück und setze das hier einfach ein und mache das ein bisschen kleiner. Dann können wir nämlich auch gleich mit dem Bild arbeiten noch. So, und dann können Sie nämlich entscheiden, wie das so passt. Natürlich könnten Sie jetzt auch ganz oft hier mit der Enter-Taste arbeiten unter Word. Oder Sie sehen, das passt sich dann dynamisch an, was wo reinpasst. Dann ziehen Sie es einfach so groß, ist noch nicht der ganze Absatz drauf, dass der Absatz eben reinpasst und das andere hier unten ist. Und dann können Sie es eben so ziehen, dass das zu den Abbildungen passt, die Sie vielleicht geschaffen haben, die Sie eingefügt haben. Und so arbeite ich normalerweise mit Text. Und wenn die eine Aufgabe fertig ist, haben Sie beim Seitenlayout nämlich hier unten dieses Plus. Das haben Sie nur beim Seitenlayout. Und da können Sie neue, in diesem Fall leere Seiten hinzufügen. Die kann man später auch, indem Sie die einfach verschieben, umhängen. Anders als beim Textlayout, was ich vorhin sagte, was Sie von Word kennen, wo es ja sehr kompliziert ist, Dinge dann in eine andere Reihenfolge zu bringen. Das ist hier ein Klick, auch mit mehreren Seiten natürlich, wenn Sie mehrere Seiten auswählen, können Sie die sehr schnell entsprechend in der Reihenfolge verändern. Immer das, was Sie ausgewählt haben, in diesem Fall ist es das erste Textfeld, was jetzt den Rahmen hat, immer dafür gilt dieses Symbol, der Pinsel, also das Format. In diesem Fall ist es ein Textfeld, deshalb haben Sie hier auch Stiloptionen. Sie können also, kriegen vorgegebene, aus Apple-Sicht passend zur Vorlage Farben und Text. Ja, das sieht nicht so schön aus, aber das würde zum Beispiel gehen, finde ich. Und dann können Sie sehr schnell zum Beispiel sagen, das ist Aufgabe 1, das ist Aufgabe 2 und können sich dieser Vorlagen bedienen. Die Füllungen, die Sie angeboten bekommen, sehen auch bei normalen Formen so aus. Das heißt, wenn Sie eine Form designen wollen, dann können Sie dort auch Farben oder Farbverläufe einsetzen. Das ist das, was ich mit dem Ei vorhin gemacht habe. Oder auch ein Bild in den Hintergrund legen. All das ist also sehr, sehr unproblematisch und hier über die Stiloptionen einfach möglich. Beim Anordnen, wenn Sie ein oder mehrere Objekte ausgewählt haben, finden Sie dann immer einfach die Möglichkeit, nicht nur zu ziehen, um eine Größe zu ändern. Sie sehen, vielleicht, es bilden sich hier so gelbe Hilfslinien, die sollen Ihnen eine Orientierung geben. Die Firma Word auch so ein bisschen, dass die Sachen gleich groß sind und mittig angeordnet sind. Und Sie haben hier auch die Möglichkeit, wenn Sie nicht mit einer Fingergeste drehen wollen auf dem iPad, einen Winkel einzugeben, wie Sie entsprechend das Ganze vielleicht auch drehen wollen, auch den Text vielleicht drehen wollen. Sie können spiegeln das Ganze und Sie haben eine Option, bestimmte Bereiche zu schützen. Also zum Beispiel so ein Arbeitsblatt zu machen und dann Textfelder zu haben, wo die Schüler was eintippen sollen. Also ein Ergebnis, aber die Bilder zum Beispiel zu schützen gegen verschieben und löschen. Dann gehen Sie hier auf Schützen einfach nur und dann kriegen die so ein X hier. Ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können. Und dann kann man damit nichts machen. Also dann ist es tatsächlich so, dass dort niemand was verhunzen kann von den Schülern. Das ist, da ist kein Passwort hinter. Also mutwilliges Zerstören eines Arbeitsblattes geht dann natürlich trotzdem. Wenn Sie selber sich nicht zerstören wollen und so ein Arbeitsblatt nur vorstellen wollen, gibt es dann hier oben diese Option. Das ist der Lesemodus, wenn Sie so wollen. Da wird alles in dem Design, wie Sie es gemacht haben, einfach angezeigt. Und Sie können aber nichts bearbeiten. Also Sie können zwar ein bisschen Text rauskopieren und ähnliche Sachen, aber Sie können nichts bearbeiten. Das finde ich auch eine schöne Option, wenn man viele Objekte hat, damit der Maus oder dem Finger unterwegs ist und ein bisschen Sorge hat, ob man vielleicht dort was verändert aus Versehen. Bei Bildern ist es so, wenn Sie die formatieren, Schutz aufheben, dass Sie auch dort wieder die ganzen Stilgeschichten haben. Ich gehe jetzt nicht auf die Rahmen- und Schattenwürfe und diese Sachen ein, das kriegen Sie hin. Aber bei Bildern, Videos und Bildergalerien können Sie auch einen Titel und einen Untertitel vergeben. Das kann ja manchmal auch nochmal hilfreich sein, wenn Sie mehrere Abbildungen haben, welche jetzt wofür ist oder mehrere Möglichkeiten, mehrere Abbildungen haben als Ergebnis, als mögliches Ergebnis, was dann angekreuzt werden soll oder irgendwas. Dann könnte dann ja auch noch was drunter stehen. Unter Bild finden Sie dann immer die Möglichkeit, die Maske zu bearbeiten. Das heißt, den Bildausschnitt zu verändern. Ich mache das hier einmal mal. Mit einem Doppelklick ist das möglich, wenn Sie eine Maus benutzen. Ansonsten eben über das Menü. Sie finden hier immer das Ersetzen. Können eine Beschreibung hinzufügen. Die ist nur für so Voice-Over-Geschichten, also für Menschen, die nicht gut gucken können. Und können hier aber das Ganze als Platzhalter festlegen, nennt sich das. Und Platzhalter festlegen ist das, was Sie möglicherweise für Vorlagen, wenn Sie für sich selber, für Arbeitsblätter Vorlagen erstellen, sehr gut nutzen können. Dann haben Sie ein Beispielbild. Und wenn Sie dann hier unten auf das Plus drücken, können Sie in der gleichen Größe eben ein Foto oder Video, was Sie schon haben, in der Fotominiathek, auswählen oder aufnehmen oder von irgendwo einfügen. Was sind das für Bilder? Wir hatten die gemacht. Zum Beispiel eben von Ihrer iCloud oder von iSurf. Das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, sich selber Vorlagen zu basteln und diese dann immer wieder zu benutzen, wenn Sie multimediale Sachen drin haben. Sie können auch andere Dinge als Vorlagen benutzen. Das nennt sich hier Platzhalter. Immer wenn Sie so einen Plus sehen, haben Sie einen Platzhalter. Was Sie auch machen können ist, ich füge mal auf der zweiten Seite ein Bildei. Gehe mal auf die Foto- und Videomediathek. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Die finden Sie aber überall auf dem iPad, überall, wenn Sie mit Bildern arbeiten. Muss mal gucken, ob ich hier was finde. Vielleicht von gestern aus dem Filmpark Babelsberg. Dann sehen Sie hier oben immer unter den Stiloptionen auch verschiedene Optionen, einen Rahmen schon zu haben. Das ist aber gar nicht das, was ich Ihnen zeigen will, sondern unter Bild finden Sie Hintergrund entfernen. Und schon ist nur noch mein Sohn zu sehen. Mehr ist das gar nicht. Also wenn Sie irgendwie was aufgenommen haben und Sie brauchen dort, weil Sie eine Übersicht machen Ihrer Schüler zum Beispiel, die Schüler einzeln ohne Hintergrund oder Sie haben Objekte aufgenommen, fotografiert, die Sie brauchen für den Unterricht. Dann können Sie eigentlich mit jedem Bild genau dies machen. Sie gehen auf Hintergrund entfernen und der Hintergrund ist weg. Einfach so. Und Sie können dann mit dem Objekt weiterarbeiten. Und wenn Sie dann hier beim Stil das Ganze wegnehmen, dann können Sie den Text auch sogar drumherum fließen lassen. Also es sind nette Optionen, die Sie sehr einfach haben. Ich weiß, Hintergrund entfernen und ähnliche Sachen gehen bei Word auch, aber das ist eine ziemliche Quälerei, finde ich, und ziemlich umständlich. Also so können Sie sehr schnell zum Beispiel aus einem großen Bild einfach ein freigestelltes Bild machen. Und diese zum Beispiel in Kombination mit Formen nutzen. Das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, das ganz schnell zu machen. Apropos Formen. Da hatte ich ja gesagt, ich erzähle Ihnen ein bisschen mehr dazu. Sie haben eine ganze Menge Grundformen. Ich glaube, ist mein Bild gerade weg oder so? Wahrscheinlich ist das iPad, glaube ich, gerade kurz weggesprungen. Sie haben eine ganze Menge Grundformen. Wir sehen jetzt den Mac-Bildschirm, weißt du? Das ist gerade weggesprungen. Das iPad. Ich sagte ja, hoffentlich hält die Verbindung durch. Ich habe extra ein Kabel gezogen. Ich hoffe, jetzt ist das wieder zu sehen. Jetzt kommt wieder was. Das ist halt manchmal irgendwie so, dass die WLAN-Verbindung nicht will. Also es gibt eine ganze Menge Grundformen. Und jetzt ist man ja so ein bisschen enttäuscht vielleicht, dass es hier nur so einen Stern gibt oder ähnliche Sachen. Ich füge den mal ein und füge nochmal eine andere Form ein, damit Sie sich das vorstellen können. So. Die Formen werden immer eingefügt in der Farbe der Vorlage. Diese Vorlage hat keinerlei Farben. Deshalb sind die Sachen schwarz. Das können Sie natürlich alles anpassen. Das sehen Sie hier auch schon an der Seite. Sie können auch mit einem Doppeltipp direkt natürlich in die Formen reinschreiben. Und Sie sehen, dass Sie hier eine ganze Menge Stiloptionen haben, die Sie auch von Word können. Ich glaube, da brauche ich nicht groß drauf eingehen. Das kennen Sie alles. Die etwas versteckteren Sachen sind hier unter den drei Punkten dann noch. Wo Sie zum Beispiel, das nennt sich Schriftlinie, das Hochgestellte und das Tiefgestellte sehr schön machen können. Und wenn Sie Überschriften und so haben. Ich liebe dieses Kapitelchen. Da sind dann alle Buchstaben in Großbuchstaben in der Überschrift, aber die Großbuchstaben etwas größer. Das sind so Sachen, die Sie hier sehr schnell machen können. Genauso kann man so, wenn Sie Märchenbücher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also wenn Sie so diese größeren, die, wie heißt das, Initialen machen wollen am Anfang. Das geht auch alles total einfach zu machen. Genau. Die sind dann hier zu finden. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie so ein paar Beispiele. Also das sind alles schöne Sachen, die Sie machen können. Aber was ich Ihnen eigentlich zeigen will, ist, dass Sie die Formen nicht nur größer ziehen können, sondern Sie haben hier zwei grüne Punkte bei den Formen normalerweise. Bei manchen haben Sie auch nur einen. Und diese grünen Punkte, die inneren, verändern immer die Formen. Die benutze ich relativ selten. Aber diese äußeren geben Ihnen die Möglichkeit, beim Stern zum Beispiel die Zackenanzahl zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie nach links ziehen, wird die Zackenanzahl kleiner und nach rechts wird sie größer. Das geht auch hier ansonsten über Anordnen. Da steht hier unten Spitzen und da können Sie dann entsprechend viele einstellen. Und ja, und das ist eben auch bei anderen Formen so, wie Sie hier oben sehen. Also Sie haben eigentlich hinter den Grundformen ganz, ganz viele Formen versteckt. Und jetzt könnten Sie dann zum Beispiel sagen, ich will mir eine neue Form basteln. Zum Beispiel aus diesem Stern und nehmen wir mal irgendwas von den, weiß ich nicht, Lebensmitteln dazu. Da soll eine Zitrone in der Mitte mit drin sein, warum auch immer. Das kann man jetzt kombinieren. Ich nehme mal eine andere Farbe für die Formen, damit wir die unterscheiden können. Und setze die mal hier drüber. Und jetzt können Sie die beide zusammen gruppieren. Wenn Sie eine Maus haben, geht das relativ einfach. Wie unter dem Windows-Rechner, Sie ziehen da einfach drüber. Wenn Sie die nicht haben, tippen Sie auf eine der Formen und dann gibt es so ein Aktionenmenü, wo unter anderem auch steht, Objekte auswählen. Und dann wählen Sie alle Objekte aus, mit denen Sie jetzt irgendwas machen wollen. Bei mir ist es jetzt zusätzlich noch die Zitrone, gehen auf Fertig. Und dann haben Sie hier unter Anordnen im Formatbereich hier unten die Möglichkeit, die Formen zusammenzuführen. Also entweder, das würde in diesem Fall gar nicht passen, dass beide Formen komplett erhalten bleiben. Da die Zitrone hier drüber liegt, würde die dann einfach wegfallen. Oder das erhalten bleibt, wo Sie sich entsprechend überlappen. Das wäre jetzt auch nur die Zitrone. Oder hier ganz hinten, dass die Zitrone einfach da ausgeschnitten wird. Und dann haben Sie jetzt einen Stern mit einer Zitrone, den Sie dann eben auch, das war das, was ich am Anfang gezeigt habe, mit einem Farbverlauf versehen können. Und zusätzlich eben sagen können, wenn Sie das ein bisschen plastisch haben wollen, Sie machen da jetzt in irgendeiner Form einen Schatten. Sie haben hier auch andere Schatten. Sie können so tun mit dem Objekt, als wenn es auf dem Blatt steht. Aber Sie haben auch gebogene Schatten. Das wird man jetzt relativ schlecht sehen können. Aber hier ist es so, dass die Außenteile nach außen gebogen sind, nach vorne einem entgegenkommen. Oder bei dem ist es eben genau andersrum, dass die Mitte entsprechend außen steht. Und das lässt sich eben alles mit wenigen Handgriffen sehr schön und sehr schnell machen. Eignet sich natürlich jetzt nicht unbedingt für die Standardarbeitsblätter. Sie machen aber Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür. Und wenn Sie dann einen Elternbrief machen oder so, können Sie dann eben Dinge wie Formen relativ schnell hinzufügen. Und sehr viel einfacher als unter Word. Und diese Formen, die Sie hier haben, die Sie neu geschaffen haben, können Sie sich abspeichern für die Ewigkeit. Indem Sie einfach die rechte Maustaste nehmen, was beim iPad heißt, etwas länger draufdrücken. Dann kommt wieder dieses Aktionenmenü. Und da steht dann irgendwo zu Formen hinzufügen. So, dann sagen Sie, wie das heißen soll. Hier ist die jetzt unten drin. Können Sie dann auch umbenennen. Steht jetzt nur Form. Auch da wieder etwas länger draufdrücken. Stern mit und so weiter. Zitrone. Und dann können Sie die von dort immer wieder aufrufen. Sie haben nämlich hier einen Bereich, der heißt Meine Form. Und können die jederzeit wieder aufrufen. Was Sie nicht mit übernommen bekommen, sind die Formatierungen. Also Sie kriegen jetzt nicht die Schattenwürfe und so mit übernommen. Denn die Formen werden in der Form und Farbe präsentiert, wie die Vorlage es vorgibt. Bei mir ist es eine leere Vorlage gewesen. Deshalb sieht das jetzt so aus. Das sind also Dinge, die Sie mit den Formen, also ganz schnell mal gesagt, so machen können. Sie können die Formen einfügen. Sie können sie verändern. Sie können komplexe Formen, das zeige ich Ihnen gleich im anderen Beispiel, auseinanderbrechen. Und Sie können, ich mache mal ein neues auf und nehme mal eine dieser Buchvorlagen. Die Querformatsbuchvorlagen sind eigentlich alle Seiten-Day-Out-Vorlagen. Also wo Sie auch wirklich Seiten haben. Die Sie sich eben auch so basteln könnten. Also hier sind ein paar Seitenvorlagen drin, die zu so einem Buch gehören. Das könnten jetzt auch Ihre Arbeitsblätter sein mit Beispielbildern und ähnlichen Sachen. Und haben Sie hier unten immer die Möglichkeit, aus den vorhandenen Formaten, oder aus Ihren Beispielaufgaben, wenn Sie das Ganze, ich erinnere noch mal dran, unter dem Namen bei Exportieren als Vorlage gespeichert haben, können Sie das hier immer wieder aufrufen, haben dann eine Seite auf vielleicht nur und haben unter den Plus, unter den Seitenvorlagen, die Sie geschaffen haben, Zugriff auf alle anderen Dinge, die Sie dort entsprechend angelegt haben. Und die Seitenvorlagen können Sie ganz vielfältig auch im Nachhinein ändern oder neue Seitenvorlagen jederzeit hinzufügen. Und was ich Ihnen zeigen will, und zwar mit einer leeren Seite jetzt einfach, ist hier hinten, wenn Sie eine komplexere Form haben, das sind zum Beispiel hier diese Formen im Bereich Verkehr oder Transportwesen. Ich nehme ganz gerne als Beispiel diesen Zug. Dann haben Sie diesen hier. In diesem Fall ist er auch schwarz, aber Sie können den auseinanderbrechen, in Einzelteile zerlegen. Das können Sie bei ganz vielen Formen machen. Genau, das machen Sie auch über das Formatieren, über das Anordnen und dann steht hier Auseinanderbrechen. Ich nehme das mal wieder raus, damit es größer ist. Dann haben Sie jetzt viele Einzelformen und können zum Beispiel sagen, hier hinten soll aber gar nichts drauf sein. Und da möchte ich stattdessen vielleicht, was weiß ich, ein Auto draufstehen haben auf dem Wagen. Auch das wäre dann wieder eine Form, die Sie zum Schluss abspeichern können. Und dann können Sie nämlich vor allem die Sachen auch, die Sie haben wollen, einzeln mit Farben versehen oder verläufen oder oder. Indem Sie zum Beispiel einfach sagen, ich möchte jetzt die Räder hier unten, ja, die Räder, ja, hier unten, wie heißen dann die Dinger eigentlich, sagen Sie mir mal. Nein, Sie können ja gar nichts sagen. Sie sind ja stumm geschaltet. Ja, das zum Beispiel rot machen oder ganz andere Elemente wegnehmen oder Elemente einzeln in der Größe verändern. Standardmäßig behalten die ihre Proportionen bei, aber auch das können Sie ändern und da anordnen und dann könnten Sie den Zug zum Beispiel in die Höhe ziehen oder oder oder. Also das geht relativ schnell. Bei fast allen Formen, die Sie hier drin haben, die komplexer Art sind, können Sie das Ganze auseinanderbrechen. Sie können Formen, Bilder und alles, was Sie hier drin haben, auch als eine Form markieren, also gruppieren. Und Sie können das Ganze dann, ich weiß nicht, ob Sie den geteilten Bildschirm kennen, Split View, zum Beispiel als Bild abspeichern, wenn Sie zum Beispiel grundsätzlich mit Word gerne arbeiten, aber die Vorteile von Pages nutzen wollen, dann könnten Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie nehmen sich diesen Zug hoch, tippen und halten und dann ist der hier als Bild drin. Jetzt habe ich natürlich nicht alles markiert. Jetzt bin ich wieder weg, ne? Genau. Nicht alles markiert und gleich kommt das iPad wieder und dann können Sie so ziemlich alles, was Sie haben, auch es könnte auch eine designte Tabelle sein oder ein Diagramm sein, also Dinge, die in Word auf dem iPad, wenn Sie Word auf dem iPad benutzen, nicht gehen. Tippen und halten. So, jetzt haben wir den ganzen Zug erwischt. Rüberziehen oder mit Kopieren und Einfügen arbeiten. Einsetzen heißt das bei Apple ja. Und dann können Sie es weiterverwenden. Und dann haben Sie hier das Bild und können das in jedem anderen Programm weiter benutzen und sind nicht hier oben auf die Formenbibliothek angewiesen. Also auch das sind so Möglichkeiten, die Ihnen in dieser Form nur Pages bietet. Ich weiß, dass Sie bei Word auch Bilder exportieren können, aber den Rest eben nicht. Also hier kriegen Sie alles auf die Art und Weise exportiert, indem Sie einfach tippen und halten und dann entweder jetzt sagen, kopieren, dann landet es in einer unsichtbaren Zwischenablage oder Sie sagen eben, ich ziehe es mir rüber im geteilten Bildschirm, in das Programm oder in einen Ordner, sodass ich es direkt benutzen kann. Sie können das da auch direkt, wenn Sie Wörter neben sich legen, im geteilten Bildschirm auch direkt ein Word rüberziehen. Dann ist es da als Bild drin. Also das sind so Sachen, die ich an Pages liebe und mit dem es sehr, sehr schön einfach geht, schnell was zu erstellen, eben zum Beispiel auch in den Arbeitsplatten. In den Kursen werde ich immer wieder gefragt. Ich weiß, wir sind schon ganz schön spät mit der Zeit. Ich höre auch gleich ein bisschen auf. Ich würde gerne noch ein paar Stunden weitermachen, eigentlich, weil mir das so Spaß macht. In den Kursen für Lehrer, für Lehrkräfte ist es oft so, dass spezielle Sachen gebraucht werden. So was zum Beispiel. Das ist jetzt zweite Klasse, meine ich, liniertes Papier. Auch das können Sie sich relativ einfach erstellen. Das gibt es zwar nicht als Vorlage, aber es gibt sehr nette Seiten, die Sie aufrufen können. Eine hatte ich hier vorhin gerade. Sage ich Ihnen vielleicht noch, wenn ich die finde. Und dann können Sie nämlich einfach sagen, Sie nehmen sich so eine leere Seite. Das geht aber nur im Layout-Modus. Das geht nicht, also Seiten-Layout. Das geht nicht, wenn Sie einen Fließtext haben. Und dann können Sie nämlich hier über den Pinsel sagen, dass Sie einen Hintergrund auswählen können. Und dieser Hintergrund könnte eben ein Bild sein. Und das Bild könnte aber zum Beispiel ein PDF sein, was Sie sich erstellt haben oder heruntergeladen haben, vielleicht auch eingescannt haben. Sie können ja wunderbar mit dem iPad auch einscannen. und gucke gerade mal, ich habe vorhin extra noch welche runtergeladen. Das hatte ich hier unter Pages-Vorlagen. Und können dann zum Beispiel hier, was nehmen wir, kariertes Papier als Hintergrund nehmen und schon ist es fertig. Und Sie haben ein schönes kariertes Papier, auf dem Sie dann auch direkt zum Beispiel mit den Zeicheninstrumenten, die wir uns letztes Mal bei Freeform auch ziemlich genau angeguckt haben, direkt reinschreiben könnten. Also auch das geht gut und könnten dann zum Beispiel auch schon mit Dingen, die drin sind, Sie könnten hier jetzt natürlich auch direkt schon bestimmte Überschriften integrieren oder andere Sachen und können dann jetzt einfach sagen, das exportiere ich, das speichere ich mir und füge das zur Vorlagenauswahl hinzu und dann haben Sie es hier drin und können jederzeit auf das karierte, linierte Millimeterpapier, habe ich hier auch drin, was auch immer, darauf zugreifen und es direkt benutzen. Entweder um es auszudrucken oder um eben dort ein Arbeitsblatt mitzumachen, auf dem dann die Aufgaben draufstehen, indem Sie dann einfach bestimmte Formeln einfügen oder bestimmte Aufgaben einfügen, der Text hier immer unter Einfach Text fällt und dann da reinfügen können. Also auch das geht total einfach und alles, was es also nicht gibt an Vorlagen, können Sie sehr, sehr schnell auch selber erstellen. Auch zum Beispiel aus einem Word-Dokument. Das hat meine Frau am Anfang ganz viel gemacht, dass sie sich einfach ihre Word-Dokumente genommen hat, die einmal aufgemacht hat und dann als Pages-Vorlage abgespeichert hat. So, ich fürchte viel mehr schaffen wir gar nicht mehr. Ich hätte Ihnen gerne sehr viel mehr noch gezeigt, aber so um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Sie und mit welchen Möglichkeiten Sie vielleicht für Ihr Fach oder Ihre Fächer so ein Arbeitsblatt erstellt bekommen und das wäre auch so ein kurzer Überblick. Ganz detailreich finden Sie es, wie gesagt, in unserem Pages-Buch fürs iPad und ich freue mich, wenn Sie noch die ein oder andere Frage haben. Dankeschön. Ja, Steffen, Wahnsinn. Ich bin sehr begeistert, weil Tatsache ich auch zu denen gehörte, die gedacht haben, Pages ist halt so ein bisschen Textverarbeitung, so wie es halt eben Word auch war, aber das ist ja ein komplettes Layout-Programm und dass man dann tatsächlich so viele Möglichkeiten auch auf dem iPad halt eben hat, finde ich schon echt beeindruckend. Also es sieht super aus, super schick und ich kann mir echt vorstellen, dass da jetzt direkt sehr viel Neugier entstanden ist und das ein oder andere iPad jetzt rausgeholt wird und sagt, das probiere ich mal aus. Ich schaue ganz schnell auf die Fragen. Es sind nicht so viele gewesen. Also die eine Frage war, woran erkennt man bei den Vorlagen, welche im Layout-Format vorliegen? Bei manchen steht es dabei, habe ich gesehen, aber du hast ja auch gezeigt, dass man die Dokumenteneinstellungen gehen kann, eigentlich aus jeder Vorlage, die er dann auch entsprechend das Passende macht. Man muss es dann halt einmalig dann konvertieren. Aber wahrscheinlich sind die meisten hier, die so mit Bild sehr aufwendig gestaltet sind, sind wahrscheinlich dann halt schon entsprechende Layout-Programm. Genau, also die meisten Dinge, das kann man tatsächlich nicht in jedem Fall sehen, aber alles, was hier unter Karten steht zum Beispiel, das sind in jedem Fall Seitenlayout-Geschichten, die Umschläge auch. Visitenkarte auch, Zertifikate und diese ganzen Sachen und wo Lebensläufe und Briefe steht, das sind die klassischen Word-Dokumente, wenn man so will. Bei den Büchern ist es ein bisschen gemixt, bei den Hochformat-Büchern sind einige, also bei den Buchvorlagen, wo man dann layoutete Seiten auch hat, sind einige, die Textlayout sind und die Querformat-Geschichten sind tatsächlich alle Seitenlayout. Also da kann man mit Seitenlayout arbeiten und unter Einfach hat Apple jetzt in letzter Zeit eben einmal hinzugefügt, quer, nee, Hochformat nur Layout, genau. Also einmal ein leeres Layout hinzugefügt, indem man dann eben frei ein leeres Arbeitsblatt hat und sich da austoben kann. Aber wir haben es ja gesehen, durch die Dokumenteinstellung hat man ja eigentlich genutzt. Genau. Darf ich ganz kurz, im Zusammenhang mit Vorlagen, hier oben bei dem Kreis, das hatte ich vorhin nicht gezeigt, kann man die Sprache auswählen. Also wenn man jetzt ganz schnell zum Beispiel eine Vorlage für Karten oder für irgendwelche anderen Sachen haben will, wo es dann auf Englisch direkt gleich draufsteht, kann man das direkt hier oben ändern. Wie kann ich denn im Vortragsmodus die Maus sichtbar machen, damit man etwas zeigen kann? Im Vortragsmodus die Maus sichtbar machen? Der Vortragsmodus, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas habe, ob er den Text hier mitnimmt. Der Vortragsmodus wiederum eignet sich natürlich nur gut für Textlayout, also für Fließtext. Und wenn ich den Vortragsmodus hier habe, dann kann ich zum einen, das wäre jetzt der Vortragsmodus, ich lasse das einmal loslaufen gleich, aber man kann hier erstmal die Schrift entsprechend einstellen, kann sagen, wie man das haben möchte und wenn man draufklickt, läuft das eben los. Die Maus ist, wenn man sie hat, immer so ein bisschen sichtbar und wenn man anhält, also drauf tippt, dann hält es an. Also es ist ein bisschen wie so ein Teleprompter tatsächlich. Aber das war... Bei der Trauerfeier zu meinem Vater, sowas kriegt man ja nicht unbedingt einfach so runter. Und mich daran, habe mir das vorher aufgeschrieben und habe mich da so ein bisschen langgehangelt, habe da ab und zu drauf geguckt und das dann weiterlaufen lassen. Genau. Das war uns auch stürzwerfen. Mehr Fragen haben wir nicht. Da waren alle so gebankt wie ich auch. Und das ist wirklich sehr, sehr ausführlich. Ich zeige mal ganz kurz noch was, weil hier im Shop bei herz.com einfach in den Shop gehen, um in die Suche eingehen und da landen wir genau bei dem, was Steffen geschrieben hat, nämlich ein ganzes Buch darüber. Ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich uns noch die ganze Nacht hier mit Pages die tollsten Sachen gezeigt, aber da geht es weiter. Tatsache, es gibt auch eine entsprechende Leseprobe, also dürfen Sie gerne dann halt eben auch hier direkt sich im Shop dann halt eben holen. Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr viel zu sagen. Wir haben, denke ich, alle Fragen behandelt. Das ist jetzt die Frage, wie sieht man eigentlich beim Bildschirm? So, ich muss ja wieder mich hier wiederholen. Genau. So, wo bin ich denn hier? Moderator bin jetzt wieder ich. Moderator ernennen, meinen Bildschirm übertragen. So, jetzt sieht man auch wieder meinen Bildschirm. Genau. Fragen haben wir alle gegeben. Beklärt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, natürlich bei unserem Referenten, der uns hier ganz, ganz viele Ideen gegeben hat, was Pages so alles kann. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Werden wir uns auch vielleicht auch in meinem iPad mal anschauen. Und, ja, bedanke mich im Namen meiner Kollegin, Karin Kemmer, dass Sie so, ja, wieder zahlreich erschienen sind, dass Sie so aufmerksam waren, immer dabei geblieben sind. Also, sehr, sehr beeindruckend. Hier haben Sie nochmal die Kontaktdaten. Nochmal, wir verschicken an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Aufzeichnung. Das heißt, Sie bekommen den Link. Und auch nochmal, hier im Shop, wie gesagt, können Sie sich direkt auch mal die Lesegruppe dann halt eben aufrufen oder direkt das E-Book bestellen zum Thema Pages auf dem iPad. Ja, Stefan, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer, schön, dass du dabei warst, schön, dass alle dabei waren. Und, ja, wie gesagt, freue mich aufs nächste Mal, wo du dabei bist. Mal gucken, was du dann mitbringst, was du uns dann überraschen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, wie immer. Wir bleiben noch kurz, oder? Wir bleiben, also, wie gesagt, ich schalte jetzt hier einfach ab und einen schönen Abend. Bis dahin, danke, tschüss. Ich auch, tschüss.